Und ich begrüße jetzt ganz herzlich Thorsten Schäfer vom Deutschen Reiseverband. Herr Schäfer, die Reiseveranstalter müssen vermutlich gerade viele, viele Fragen am Telefon oder per E-Mail beantworten. Wie groß ist denn die Verunsicherung bei den Menschen, die jetzt in den Urlaub starten wollen? Ja, die Hauptsaison beginnt und hat gerade begonnen mit den Ferienterminen und die Nachfrage und die Aufklärungsarbeit ist sehr groß. Viele Menschen haben ihre Reisen gebucht jetzt für die Sommerferien und wollen natürlich wissen, können sie starten, können sie nicht starten. Das heißt, es hat sich auch einiges verändert im Verhalten. Viele Menschen suchen die ausführliche Beratung und auch immer wieder die Bestätigung und die Einschätzung von den Experten in den Reisebüros. Dort sitzen die Expertinnen und Experten, die können Ratschläge geben und kennen sich mit den Einreisebestimmungen aus. Und die Reiseveranstalter, ja, genau was sie sagen, die haben im Moment genauso wie die Reisebüros viel Aufklärungsarbeit, weil es ist schon etwas komplizierter geworden zu reisen. Nichtsdestotrotz ist es einfach so, dass alle Umfragen zeigen und auch die Buchungsauswertungen jetzt, dass die Menschen raus wollen, in den Sommerferien Abstand haben wollen von den Einschränkungen von Corona und wollen halt einfach Kraft schöpfen für den Arbeitsalltag, für die neuen Herausforderungen. Entschuldigung, dass ich Sie jetzt unterbreche, raus wollen, ist das eine, jetzt verbreitet sich die Delta-Variante in Europa. Gibt es denn da jetzt schon viele Umbuchungen vielleicht oder eine Stornierungswelle oder buchen die Deutschen fleißig weiter? Ja, also wenn man das mal sich anschaut, was sind denn die bevorzugten Reiseziele im Moment? Die Deutschen setzen auf A, Deutschland und zweitens auf die Flugpauschalreise ans Mittelmeer, Spanien, Griechenland, Türkei. Das sind die großen Ziele, die im Moment gebucht sind und gebucht werden. Und es hat sich jetzt an Portugal gezeigt, sobald die Situation dynamisch ist und sich etwas verändert, reagieren die Reiseveranstalter, wenn die Kunden eine Pauschalreise gebucht haben, sind sie hier auf der sicheren Seite. Denn der Reiseveranstalter kümmert sich darum, dass die Gäste, wenn sie es dann wünschen, rechtzeitig zurück können. Noch vor Beginn der Quarantäne etwa, dass man vorzeitig ausreisen kann. Sie organisieren vorzeitige Rückflüge oder aber die Menschen, die noch nicht gereist sind, können dann kostenfrei umbuchen oder stornieren. Das heißt, das hat sich auch verändert. Die Menschen suchen Absicherung und Flexibilität. Absicherung durch die Pauschalreise, weil dann, wenn sich die Situation ändert, ist man bei einer Pauschalreise rechtlich deutlich besser abgesichert. Und der Kunde kann sicher sein, dass der Reiseveranstalter an seiner Seite ist und sich kümmert. Das wollte ich jetzt gerade fragen. Inwieweit tragen die Urlauber denn die Risiken da alleine? Zum Beispiel, wenn der Urlaub vorzeitig abgebrochen werden muss, weil jetzt doch das Land plötzlich ein Virusvariantengebiet ist. Muss der Urlaub dann komplett bezahlt werden? Hier sind die Kunden, die eine Pauschalreise gebucht haben, rechtlich deutlich besser gestellt als diejenigen, die sich einfach nur einen Flug und ein Hotel genommen haben, das irgendwo zusammengebucht haben als Einzelleistungen. Die müssen sich um alles selbst kümmern. Die müssen sich in den Medien informieren, immer wieder auf den Seiten des Auswärtigen Amts schauen, was verändert sich. Und müssen vor Ort dann auch auf die Kulanz oder auf die Vertragsbestandteile achten. Welche Vertragsbestandteile haben sie gebucht? Von daher ist der Rat, auch von Verbraucherschützern auf jeden Fall bei Reisen auf die Absicherung der Pauschalreise zu setzen, sich sehr stark beraten zu lassen im Reisebüro. Denn viele Reiseveranstalter haben auch flexible Umbuchungs- und Stornierungsbedingungen dieses Jahr aufgelegt. Das heißt, man kann ohne Angabe von Gründen bei vielen Reiseveranstaltern noch kurzfristig vor Abreise umbuchen, stornieren. Viele Veranstalter haben auch sogenannte Covid-Absicherungen eingeschlossen oder man kann sie hinzubuchen. Das heißt, im Falle einer Erkrankung vor Ort übernimmt der Reiseveranstalter zusätzliche Kosten fürs Hotel oder für die Quarantäne. Also ganz klar der Ratschlag, sich dieses Jahr wirklich auf die Pauschalreise einzulassen. Herr Schäfer, aber was würde es denn für die Reisebranche insgesamt bedeuten, wenn jetzt noch weitere Virusvariantengebiete dazukommen würden? Zum Beispiel Spanien. Da ist, na klar ist dann natürlich eine Menge Arbeit und eine Menge Aufklärungsarbeit nötig. Und wie ich es vorhin beschrieben habe, sollte so ein Fall eintreten, dann wird den Kunden angeboten, dass sie vorzeitig entweder zurückreisen können oder aber, dass sie gar nicht dort dann hinfliegen müssen mehr. Das ist aber, wie gesagt, reine Spekulation. Man kann ja nicht in die Glaskuhle gucken, was sich erinnert, aber die Situation ist einfach sehr dynamisch. Das ist klar. Meine Frage war eher in Richtung Reisebranche an sich gezielt. Wie groß ist denn die Sorge, dass viele Teile der Reisebranche das dann nicht überleben würden? Ja, wir haben letztes Jahr einen Umsatzrückgang von über 80, 90 Prozent gehabt. Das hat eine Ausmaß noch nie dagewesener Dimensionen. Und auch dieses Jahr fängt erst sehr schwach an. Wir haben im Moment erst rund ein Viertel eines normalen Urlaubssommers des Volumens erreicht. Und es hat schon einige Insolvenzen gegeben. Aber auch ganz klar ist, viele Hilfen der Bundesregierung haben über den Sommer jetzt über dieses Jahr hinweg geholfen. Überbrückungshilfe zum Beispiel, die bis Ende September jetzt verlängert worden ist. Aber die Krise für die Reisewirtschaft ist noch lange nicht vorbei. Viele Fernreiseziele sind überhaupt nicht machbar. USA, Australien, Kanada, Neuseeland. Diese Ziele erlauben keine Einreise zu touristischen Zwecken. Das heißt, viele Reiseveranstalter, Reisebüros, die sich hierauf spezialisiert haben, leiden weiterhin und brauchen weiterhin staatliche Unterstützung. Etwa durch die Überbrückungshilfen. Daher unsere Forderung, diese auch bis Ende des Jahres zu verlängern. Die Reisewirtschaft stellt über drei Millionen Arbeitsplätze in Deutschland, ist damit größer als die Automobilindustrie. 100.000 Beschäftigte, Reisebüros und Reiseveranstaltern. Wie viel im Endeffekt dann davon übrig bleiben, muss man dann sehen. Aber wir rechnen erst mit einer Erholung frühestens im nächsten oder im übernächsten Jahr. Sagt Thorsten Schäfer vom Deutschen Reiseverband. Ich bedanke mich ganz herzlich. Sehr gerne. Sagt Thorsten Schäfer vom Deutschen Reiseverband.